Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Greedfall. So, wir sind hier im Labor und hoffen, dass wir eine Zeugin finden, aber da wir sie ja gehen lassen haben, wird das wohl kein Problem sein. So, was ist es? Wahrscheinlich, mit dem Blut von vielen Patienten zu erinnern, der Doktor hat den sehr Konzept des Malachor in dieser Paulder gewonnen. Ein einziges Malachor ingestiert von jemandem wäre genug für sie die Krankheit zu werden. Mit den Quanten, die du mir gebracht hast, hunderte von Menschen könnten sich verabschieden. Es ist schrecklich. Ich kann nicht glauben, dass ein Mann so etwas tun würde. Ich kann nicht so etwas tun. Hier, diese sind meine Noten. Ich habe alle Details von meinen Erfahrungen und meine Konklusions geschrieben. Danke. Ich werde sie zu dem Prosecutor verlassen. Ähm... 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 So, hier oben soll auch noch einer sein. Vielleicht kriegen wir ja lieber zwei zum Aussagen. von seinen Leuten anstatt einen Eingeborenen. Ach du meine Güte. Geht? Dann macht er ein Blatt aus. Ein Blatt aus. Dann macht er sich eine kleine Einwanderung. Ja. Dann macht er ein Blatt aus. Dann macht er einen Blatt aus. Es ist nicht fair für mich zu reduzieren sein Leben, nur zu was er seit Jahren getan hat. Wenn ich richtig verstehe, dann wird er sein, dass du ein seiner Defendung ist. Natürlich. Ich glaube nicht, dass er ein terrible Fehler gemacht hat. Aber er hat gut gemacht. Und er war wahrscheinlich auf die Aufmerksamkeit für unsere Helplösung, um die Malachur zu beschützen. Was ist dein Rolle, und was ist deine Forschung? Ich bin in charge der Governors Laboratories. Mein Hauptsache beschäftigt mich über die Malachur, natürlich. Über alles, wir suchen für ein Weg zu reduzieren die Krankheit der Krankheit. Was sind Sie für das? Jetzt haben wir die Arbeit, mein Kollege Asilii, er hat uns die Hoffnung, um eine Hilfe zu finden. Also, die crimes er gemacht hat, während er seine Arbeit macht, nicht Sie? Er wird für das verurteilt. Aber es wäre ein Schmerz für ihn, dass er alles getan hat, für nichts zu tun. Was ist das? Ich bin überzeugend für die Angst, seine Anklage auszusagen. Sein Stolz schmeicheln. Aphra, um Hilfe bitten. Ja, komm. Ich habe ihn mit ihm gesehen. Ich habe ihn überrascht und kürzelt. Und was wir in diesem Laboratorie herausfinden war abominable. Wir müssen ihn nicht nur so erzulich für dieses Schild, sondern auch für die Wissenschaft von diesen abzüllen Methoden. Sehr gut. Du hast mich überzeugt. Ich werde jetzt die Prosecutionen feststellen. Es ist wahr, dass es Zeit für die Geschichte ist, und seine Kürzelen Methoden verabschieden. Prima. Haben wir den schon mal auf unserer Seite. Hallo? Mein Gott. Manchmal hängt das hier auch immer sehr komisch. Äh. Ich sprich mit Afra über Dr. Asili. Hä? Moment. Ähm. Ich muss jetzt mal hier gucken. Aber warte, ich kann hier jetzt erstmal... Intuition. Das ist die Anzahl der Zutaten. Und da wird man sagen und plündern. Er wird die Anzahl der Zutaten, die durch Wiederverwertung gehalten werden. Alle Konzepten. Diaglog. Option frei. Äh. Wir erwischen aber wirklich die Kugeln und alchemistischen Präparate zu fertigen. Für die Fertigung von Tränken werden weniger Zutaten benötigt. Da finde ich das ja irgendwie praktischer, ne? Äh. Äh. So. Hier haben wir zwei. Dann können wir jetzt schwere zwei Handwaffen nehmen. Wunderbar. Na, trotzdem muss ich hier nochmal hin. Überzeuge die Nauten auszusagen. Habe ich jetzt hier auch noch auf der Karte. Wo muss ich jetzt hier einfach rum? Warte. 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 Und 2 zu den anderen! So, die haben wir auch. Triff dich mit dem Überleben der... Kann ich auch nochmal eben schnell machen? Boah, ich müsste mal zu meiner Wohnung. Ich glaube, von da aus kann ich einfach am besten reisen. Müssen wir gucken, wie ich da überhaupt wieder hinkomme. Warte mal, da! Hier ist doch der Alchemist, genau. Ich bin vorbeigelaufen. Erstmal kann ich hier mit Aphra reden. Kann ich auch noch schnell machen. Wenn die jetzt mal woanders stehen würde. Dasarde, ich bin froh, zu sehen. Kann ich etwas für dich tun? Ich würde mich erzählen, über Asili. Ich dachte, du kommst mir über das. Was würdest du wissen? Was würdest du wissen? Ich bin froh, von Dr. Asili. In Part, ja. Das ist, warum ich nicht mehr als Studenten bin. Warum nicht sagen Sie etwas? Weil ich nie gedacht hätte, dass er so weit geht. Über Zeit, er wurde mehr und mehr cruel. Ich fand, dass er so brutal ist. Als ob, mit den Natives zu treffen, es hat ihn von all der Menschheit verletzt. Er spricht von ihnen als test subjects, nicht als Menschen. Aber es gab einen Moment, er war der größte Doktor und Wissenschaftler in der Allianz. Und ich habe das Gefühl. Sie wissen, dass du durch ihn verletzt hast. Ja. Aber ich dachte, dass die Natives einfach nur als Soldaten waren. Ich war blind. Und dumm. Ich regrette es sehr. Sie denken, wie dein Master macht, dass die Wissenschaft nur für alle Sorgen? Nein. Ich glaube, das zu einem Mal. Ich glaube, dass wir so vieles zu tun haben. Ich denke, dass wir so vieles zu tun haben. Aber ich denke, dass wir so viele Dinge in der Allianz Aber ich denke, Sie und Siora haben die Augen zu der Grenzen. Ich denke, dass es so zu haben, wie wir in der Allianz machen, macht es nicht besser als Telleme. In Ihrer Meinung, waren die horrors in dieser Laborator notwendig für seine Forschung? Nein. Wenn er sich überzeugt, was er das Gefühl. General Interesse ist die Krankheit der Menschen, die ein paar Menschen zu verstehen. Er wollte schnellen Ergebnisse, zu dem Punkt zu negieren, schneller, mehr humane Methoden. Ich hoffe, dass wir in die Überlegung des Experimenten nicht mehr passieren können. Würdest du bereit sein, Dr. Asili zu testieren? Natürlich. Ich wollte Ihnen darüber sprechen. Ich möchte meine Kollegen, dass wir diese Art von solchen Methoden müssen. Und auch wenn es mir sehr viel kostet, ich möchte mein Master für was er getan hat. Nö, das war's. Das ist doch perfekt. Das ist einfach perfekt. Der hat sowas von verloren, der Typ. Aber sowas von. So, jetzt habe ich's. Es dauert immer ein bisschen was bei mir. Okay. Na, ist nicht jetzt irgendwie so ein großartiger Unterschied oder so. Ich habe mich nicht belong. Das ist ja. Das ist ja auch nicht. Ich hab jetzt nicht gewiss. Ich habe gesagt, dass wir uns nicht verlieren. Was ist also gut. Ich habe ihn, wenn ich nicht, was ich, was ich nicht verhältße. Das ist interessant. Ich habe, dass ich nicht mehr mit dir geholfen. Das ist dochversichtlich. Also können Sie? You didn't come here for that, did you? No, I came to ask for your help. The doctor who captured and tortured you is about to be tried for his crimes. He has a lot of support among his people. He is a respected man despite what he did. If we don't have testimony from some of his victims, he will surely be released. You'll have our words. We'll go to the Grand City and tell our story. And the Mad Lion will die for causing so much harm to our people. May the earth engulf him. You can return to Hikmet. Oil make sure they get there in good health. Thank you, Tiana Haack. And thank you all. I blame myself for forcing these poor people back to the city where they've suffered so much. Meine Güte, haben wir viel gesammelt. Das sieht aus... Ohne Scheiß. Dieses Wasser hier, ne? Sieht aus, als wenn da gar kein Wasser drinne wäre. Diese Spiegelung, die da drinne ist in dem Wasser, das sieht aus, als wenn das Qualm wäre, also so rau, der unten aus einer Höhle kommt. Wenn da jetzt nicht diese Blätter drauf liegen würden, würde ich denken, dass das hier ein Loch ist und nicht irgendwie ein kleiner Teich oder sowas. Das ist echt... So sieht man es, dass das Wasser ist. So sieht man es. Aber wenn man jetzt so davor steht... So? Ne. Also... Echt gut gemacht. Die Arbeit, die sie da reingesteckt haben. Ich mag ja, dass sie... Die haben wirklich viel Details da reingesteckt. Also die Details sind richtig schön. Und es ist so... Ach, denn dazu sage ich später mehr, ne? Wenn das Spiel halt zu Ende ist, dann sage ich ja immer wieder ein bisschen was. Da stand gerade einer oben. Uh! Ach, Fralle. Oh, bin ich das? Ich finde das interessant aber, dass man noch keine Romanzoption hatte. Ich könnte jetzt schlafen. Selbst dann kriege ich keine Romanzoption. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Ich hätte gerne eine. Ich hätte gerne Kurt flachgelegt. Ach, ich muss zum Anwalt. Glaub ich denn da lang? Glauben Sie, Herr Excellency. 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 Ja. Glauben Sie, Herr Excellency. Schönen Sie, Herr Excellency. Glauben Sie, Herr Excellency. The evidence she supplied was irrefutable It was necessary that you hear the victims In order to understand the extremities to which your science has taken you Come now, one cannot conclude that science was guilty here Not science, but the savants were It is never right to set aside humanity in the name of the common good No knowledge justifies killing or torture Your words are wise and I promise to remember them You have not always shown yourself a man of impeccable judgment, Excellency We are all from time to time victim of our own blind enthusiasm, that is true But this trial has shaken my usual resolve It may very well change the course of history Good Achso, Exekution Ui Okay Exekution Naja gut, that had he also definitely earned Afra, are you certain that you want to attend this? I do not want to attend I must Dr. Asili You have been found guilty of all accusations brought against you In consequence, the Bridge Alliance Tribunal condemns you to death Do you have any final words? You treat me like a monster But how many times have you stayed your own hands? So close to the goal to finally find a remedy You would have done as I What do a few lives mean when the future of all humanity hangs in the balance? You are nothing more than idiots, incompetence And you, Byron, are the greatest hypocritical You know that I am right Exekutioner, earn your pay You know that I am right I speak with you Desadee, I am happy to see you Can I do anything for you? I must leave you Ja, das hatten wir alles Okay, ich muss sie gar nichts mehr fragen Gut Dann haben wir das jetzt hier auch erledigt Dann Dann würde ich jetzt sagen Die Schatten der Garde Könnten wir noch machen Da würde ich jetzt Kurt auswechseln Desadee, what can I do for you? Manfred, the quartermaster of New Serene Garrison told me that he'd received a letter from you Was one of your ships hijacked by the Guard? The Trident and its crew were commandeered by the San Mateus Garrison Commandeered? We will not let ourselves be threatened by these land pirates The Guard has no idea who it is dealing with I've already sent several of our warships to board the Trident and release its crew The guards taken on board shall be given no quarter I understand Admiral But quartermaster Manfred was as surprised as you to hear this news That's why he asked me to investigate The Guard never gave the order for such an operation So these mercenaries do not even know how to manage their men? Remarkable We will not deal with the Guard until Manfred cleans up his ranks No more of these harling thugs will set foot on my ships The nobles will just have to do without their bodyguards I will tell him, Admiral And know that I am fully aware of the problems that caused this act of piracy Not only for the Guard, but for all the nations on this island I will do everything to find those responsible Thank you, Your Excellency I will eagerly await your news Anything else? I need to be going Until we meet again, Admiral The Admiral knows that we can't do anything without the force of the Guard By prohibiting them from transport She's putting everyone at risk, leaving us to take care of the problem At the same time, she has something to be mad about This is the first time in our history that anyone has dared to attack our ships You'll find all units! Come closer, good people! Yep, 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 yep Was das nochmal hier irgendwo, ne? Oh, it's you, Onul Menawi! Come and see! Oil receive beautiful things from our lives! Er freut sich voll, dass ich hier bin Stelluntersuchungen in der Kratzer in den Vertro Oh! Kill these blue bloods! Yeah! Oh! 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 Okay... Okay... Ich soll jetzt... Ach, ich muss reisen? Hätte ich das eher... Ach, jetzt habe ich nicht aufgepasst Dass ich jetzt aber noch hier so Champion in der Arena werden Ich weiß nicht, ich glaube, das mache ich nicht mehr Ach, guck mal, dann kann ich jetzt direkt wechseln Dann kann ich nämlich Afra rausschmeißen Kurt reinpacken Dann habe ich die beiden nämlich drinne dafür Stellung in der Kaserne an von San Mateus Musste jetzt hier ja direkt sein Da muss ich jetzt echt einmal rum Da muss ich jetzt echt einmal rum Quartermaster Manfred Sendt mich Ich habe mich erwartet, und ich bin froh, Manfred einen External Investigator Das Kommandeering-Business kann nur die Ende der Garde sein Without die Norte transport wir sind fertig Ich verstehe, was könnte passieren Ich kann Ihnen sagen, dass wir nie eine Order zu diesem Ende Es ist, dass einige Mitglieder der Garde obey andere's commands Wir hatten Probleme mit einer Kriminalorganisation within the Garde Ich würde mich nicht beherrschst wenn sie wieder hinterher diese Sache waren Oh, das ist Terrible news Your Excellency How können wir sort the good apples from the bad? By speaking to those in charge of those in command of this town And trying to unravel the truth from the lies Since you neutralised Major Hermann and his gang Three Lieutenants have been leading the troops While waiting for a new Senior Officer to be appointed They are Lieuten Klaus and Ermelind Do you think they are honorable? I won't vouch for them if that's what you're asking I don't know them well enough Thank you, Quartermaster I'll go and find them Nach oben Einer ist doch hier Hello Lieutenant My name is De Sade Oh! You are the legate of the congregation You're quite the celebrity amongst our ranks I am Lieutenant Alexander Did you need me? I am conducting an investigation into the illegal commandeering of the ship The Trident We must work fast and find out who organised this act of piracy Or we will all pay the price Do you know the men who seized the ship and who they served under? All I can tell you Your Excellency is that I'm sure they were not under my orders As foolish as it sounds we don't know the identity of the soldiers involved Since our previous commander's coup attempt has been tremendous up evil We lack senior offices The registers are not up to date and many men are on the run I suspect the supporters of the coup who escaped the trial may be responsible It's not impossible I dealt with Major Herman who was serving commander Torsten but I didn't take care of his men It's only an idea of course but one that seems most logical to me I'll leave you Lieutenant Okay, meine Lieben Ich muss jetzt aber Schluss machen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal